Willkommen zurück, Wolli-San. Ey, dein Ernst jetzt? So, wo fahren wir fliegen? Zu A. Ist das nicht das Fragezeichen, was ich bei dir nicht aufgehe? Nein, das ist das da unten. Oh, diesen Nebeneinsatz will ich machen. Warum? Weil ich brauche noch Trap-Stuff. Trap-Stuff? Für, ich brauche fünf, ich brauche so viele Trap-Stuff. Muss ich mal gucken, ob wir hier was brauchen, ob hier was ist. Ja. Hier ist was. Aber ich gucke noch mal auf der Karte, hier ist noch eine King Slider-Tie. Sehr nice, sehr nice, ja, sehr nice. Schmerkel, du weißt genau, was du tust. Nö. Hast du eine Ausbildung bei Günther Detlef gemacht? Eine Ausbildung. Keine Ausbildung, ne? Dem einzig wahren Meister auf Kleister, weißt du? Hä? Huh? Huh? Schraub. Bär. Ja, da war ein Huh? Schraub. Bär. Ich bin tot. Da kam nämlich einer um die Ecke gelaufen. Da kommen zwei Leute zu dir runter. Einer ist tot. Noch einer ist tot. Da kommen noch zwei Leute zu dir. Ach, die sind noch schon aggressiv, die Boys, ey. Was ist denn das für ein Gebiet, ey? Schwierigkeit 3, die sind so aggressiv wie, keine Ahnung, Schwierigkeit 5. Meine Mutter beim SVK oder so. Nee, SSK, SSV. Und dann beim WSV. Gibt's ja alles nicht mehr, aber so krass sind die drauf. Beim WWF. Nein, kennst du nicht, SSV? Nö. Sommerschlussverkauf? Stimmt. Gibt's nicht mehr, aber gab's mal. Warum gibt's die nicht mehr? Keine Ahnung. Durfte man nicht mehr machen, weil man die Preise zu weit runtergedrückt hat dadurch. So, jetzt kann ich mich aufs Spiel konzentrieren. Fertig gejizzed. Ich hab die ganze Zeit diese Meldung, dass der Arbeitsspeicher zu überlassen ist. Was sagst du zu meinem tollen ist, dass ein Squid Outfit. Ja, toll. Ich find's immer noch geiler. So, da ist einer. Sehen du die Datei? Auf dem Bettchen. Schab sie. Raus hier. Da vorne ist ein Heli. Wollen wir uns durchkämpfen? Ach, nö. Da ist ein lila Baum. Das ist ja cool. Ich möchte gern zu diesem lila Baum. Ola, Yenki. Ey, ey, ey. Bleib stehen. Halt, stopp. Ich bin ein Freund. Ich bin noch ein Freund, hab ich gesagt. Feind-Heli. Oh, an den Feind hier, die komm ich leider nicht ran. Du kämpfst dich jetzt durch. Was ist denn? Na dann. Alter, das gibt's doch. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, das ist ein Heli. Oh, geht doch. Meine Fresse. Du bist ausgestiegen? Ja. Um den Heli kaputt zu machen? Nee, eigentlich nicht. Hier ist irgendwo noch einer. Oh, ist tot. Nur ein Finder ist left. Und du siehst mich. Moment. Kuchen. Nee, nicht wirklich. Das sagt er einfach nicht wirklich. Aber in Wirklichkeit ist das wirklich wahr. Ähm, was haben wir denn so? Dann noch Fragezeichen. Fragezeichen. Wie vor diesem Kack hab ich eigentlich? Da oben steht's. Zu wenig, leider. Ärgerlich. Zieldauer Drohne. Was kann ich haben mit der Drohne? Sprengladung, IMP, Panzerung. Hä? Oh, da fehlen mir Medizin. Für ne Sprengladung fehlt mir Medizin. Mir fehlt einfach an allem irgendwas. Das, was du markiert hast, ist der Punkt, den ich nicht aufdecken kann. Ach, der? Aber den hab ich auch noch nicht. Hä? B, ne? Ja. Also bei mir ist es auch noch ein Fragezeichen. Bei mir deckt er sich halt nicht auf. Ich denke, das ist irgendwas unterirdisch. Bei mir deckt er sich auch nicht auf. Oh, oh. Was ist los? Abgestürzt. Ich hab mich die abholen. Ich hab's kaputt. Äh, oder nicht. So, wo sind die? Wir wissen, ob wir irgendwo, ob es noch einen Weg runter gibt. Wo sind ja einige? Ist da noch einer? Ey, der ist ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja. Ich schätze mal, dass das da irgendwo ist. Hallo. Tschüss. Wo ist hin? Also, da ist dieser Steinbruch, meine ich. Näh, aber dann wäre er ja nicht hier drüber. Sollen wir ihn einfach mal abfliegen? Ja, kann man mal machen. Kann man mal tooten, kann man mal, ne? Ich sitze quasi auf der falschen Seite. Ich seh nix. Ich seh jetzt auch nichts, wo man irgendwo rein könnte. In ne Höhle oder so. Höchstens da hinten, aber... Naja, wenn du jetzt hier weiterfliegst, dann... Naja, wahrscheinlich auch nicht so, ne? Ja. Naja, keine Ahnung. Das vielleicht, ja, warum? Hä? Jetzt ist da einfach nur ein Vorposten. Jetzt hab ich da kein Fragezeichen mehr. Stimmt. Ist weg. Okay. Wir können uns auch schon für das nächste Gebiet eine Kingslay-Datei machen. Können wir das? Könnte man ja. Da muss aber auch immer Aufmerksamkeit erlegen, oder? Ich mach doch gar nix. Die haltest du überhaupt nicht. Checken da nix. Wir fliegen rechts, wenn fünf Gegner sind. Wo denn? Sag ich. Auf der linken Seite. Ja, ich bin aber nicht links. Bitte trotzdem nicht schießen. Das ist aber nicht aufgedeckt. Das ist ein zweiter Tango. Zweite Tango. Zweite Tango. Oh, kann man nach mir rum? Ne, ähm. Schafft man wahrscheinlich nicht, ne? Der Tango ist hin. Okay, es ist alles gut. Okay, ist überhaupt nix, ne? Ne. Können wir eigentlich wieder einstellen. Na, theoretisch schon, ne? Zwei Leute getötet. Und weiter geht's. Und einfach weiterfliegen. Aber wird das mit der Kingslay-Datei da oben? Sollen wir uns die holen, oder? Können die jetzt holen? Können sie ja später holen. Ich meine, das Gebiet müssen wir ja sowieso noch. Ja, ne. Sonst Trigger haben wir wieder diese Sound-Date-Sachen. Ah. Bist du überhaupt drin? Ja, ja. Ja, ja. Diesmal bin ich auch auf der linken Seite. Da war nix, ne? Falls irgendwas ist, da baller ich die alle weg. Nö, da war nix. Ach, hier ist das schon das Nächste? Achso. Okay. Und zwei Sachen auch direkt nebeneinander. Also mehr oder weniger direkt. Vielleicht jetzt nicht wirklich direkt. Oh, es ist gestört hier. Ich glaube, hier gibt's ne Mission. Später. Das fehlt in dem Gebiet noch. Stimmt. Ja, so, wir laufen lassen. Und wir befreien die immer. Freie die. Da ist eine Kartell-Auszeichnung. Hä? Oh, ich bin voll vorbeigelassen. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Ah, ich spring mal in der Familie auch immer Santa Blanca-Orden mit. Echt? Das ist doch cool. Aus Polivien. Schön, dass hier gar keiner drin ist. Nur stimmt. Na, ich mein, was nicht ist. Kann ich an erinnern, ne? Geil. Haben wir ja alles? Wir haben alle Updates. Aber hier ist noch ein Fragezeichenstück. Nee, ist weg. Hier ist noch ein Nebeneinsatz. Oh, die repellen, weißt du. Die repellen haben wieder repelliert. Repelliert. Ja. Schweine. Wo ist denn der Nebeneinsatz? Das hattest du nicht vorhin im Konvoi, aber der ist jetzt weit weg, ne? Ja, der ist jetzt weg. Der ist nicht mehr in diesem Gebiet. Doch, der fliegt. Der fährt da noch rum. Genau auf der anderen Seite. Kannst du den Alarm auch abschießen? Wo ist denn der Alarm? Relativ parallel zu uns. An dem Kreuz, da? Nee, links davon. Ach, der kleine Mast? Ja, genau. Treffe ich von dir nicht. Nee, er links. Nee, kann ich nicht. Flieg weit. Ach da. Aber dann würde ich eh nicht treffen. Nicht mit der Minigun. Das sind mehr Ziele für dich. Nicht mit der Minigun. Naja, ist ne Mission, ja. Boah, ich glaube, es ist so sanft, sind wir noch nie gelandet. Warte, 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 warte. Der Pilot steht rechts. Kannst du den markieren? Das müsste der Pilot sein. Ja, der hat immer so ne Ohrhörer auf. Ja, der hat immer so ne Ohrhörer eigentlich auf. Nee, er hat keine Ohrhörer auf. Na gut, soll ich den machen? Na, Moment. Was ist mit dem? Naja, ja gut, aber das würde der hier vorne sein. Okay, ja, schieß, schieß, schieß. Der Tango ist hin. Ich nehm nur die zwei. Okay. Warte, jetzt. Liegst du? Kann ich tun. Sonst ist ja nix mehr. Äh, nö, ich seh nix. Hab einen neuen Aufsatz für den Sniper ausgewählt. Oh Gott. Was denn? Wo darfst du denn? 4,3 Kilometer, ey. Ja, aber es geht ja mit dem Flugzeug. Was hast du denn für einen Aufsatz? Ähm. Moment, kann ich dir? Mehr Reichweite, oder? Oh, cool. Der hat, Moment. Ähm. Mich auch gleich noch machen. Statt viermal hat er 4,5 bis 5,5 Mal. Oh. Ja, ich muss mal sowieso die Aufsätze mir nochmal reinziehen von den Waffen, weil da gibt's bestimmt das eine oder andere, was noch ganz geil ist. Ich hab gestern mal so durchgeguckt, dass ich auf dich gewartet habe. Kommt dir vielleicht irgendwo ne Rakete angeflogen? Das kann passieren. Oh ja. Ich durfte das Highlight mit ansehen. Oh shit. Kommst du weg? Alter, jetzt übertreibt's nicht mit euren Raketen, ihr kleinen Mongos, ey. Ja, ich weich halt aus, aber irgendwann. Uh. Uh. Alter, was geht denn hier? Ey, hier sind keine Ahnung, wie viele Raketen da auf einmal kamen. Oh shit. Oh, Alter, das war klappt. Ich seh's vor allem von dir mit an. Guckt da noch eine? Nein. Ich flieg schon. Soll ich ja... Ich hol schon mal den mit dem Kopf, den wir hier holen müssen? Ich guck mal, ob ich den alleine... Ne, 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 ne. Wenn das verkackt, dann verkack ich auch. Ja, deswegen verkack ich da nicht. Ja, ne, mach das mal bitte nicht. Ich hab keinen Bock, nochmal das zuhören. Ja, ich kann da schon mal dahin fliegen. Ja, das kannst du gerne machen, aber nicht einfach anfangen. Weil, wenn du entdeckt wirst oder das verkackt, dann bricht meine Mission natürlich keine Lust drauf. Ich bin down. Auf den Sp... Ernsthaft? Aber, mir ist egal, mach weiter. Ja, 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 ja. Du bist ja da. Scheiße. Äh, kann ich ja wieder zurück irgendwie? Ja, doch. Alter, Flugzeug. Ja, jetzt bin ich eben im neuen Gebiet gewesen. Ich bin mir egal... Bei mir wird das gar nicht mit aufgedeckt. Wenn du da drüber herfliegst normalerweise... Na gut, du wirst wahrscheinlich sterben, bevor ich da bin, ne? Wer macht ja nichts. Wobei, ich bin ja doof. Ich hätte eine Schnellreise machen können, oder? Warum bist du gestorben? Oder eine Feinde? Ich meine, ich bin aus dem Heli ausgestiegen, weil da die Rakete beinahe kam. Und ich war relativ über Land. Und ich wollte halt nicht, dass das irgendwie... Lebst du noch? Zwei Sekunden. Oder eine. Jetzt bin ich... Warte, ich mach nur schneller als du dir. Nein, ich bin bei dir. Hallo! Mann, 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 Mann. Ah, und nix hier mit Todessprung, ne? Nee, ich wollte auch keiner. Ah, da hinten ist die Mission. Boah, das ist ja schwer bewacht hier. Ist da irgendwas? Hä? Ist da irgendwas? Ach so. Ach, das Geschütz. Ja, ich dachte mir, vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir die ausschalten. Naja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Weil wir müssen ja den Heli jetzt da wegholen. Ja, hast du gesehen mit dem Flugzeug, wie ich ausgerechnet bin, wie ein junger Gott, ey. Ja, ja, mit dem Flugzeug. Ja, mit dem Heli geht das auch. Ich schalte noch eben ein anderes Geschütz aus. Hm. Sieht so dämlich aus, ein Assassinen zum Auto. Ein bisschen. Oh, ich würde ja eigentlich gerne mal mit der Mine, die jetzt alle wegficken, mit der Drohne. Aber ich glaube, dann ist es doof. Hab nichts gebittert, oder? Nee, hat keiner was gemerkt, ne? Ist hier noch irgendwo ein Geschütz? Ich hab keine Ahnung, ich seh keins. Ja, da hinten. Ach, da. Nein, das... Ach, das will ich markieren. Das könnten die aber dann merken, ne? Weil es ist ja jetzt nicht mehr so weit weg. Du meinst erst die alle ausschalten und dann... Also ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Also es ist relativ weit weg, aber... Ich bin, wo ich jetzt hier bin. Und das Geschütz ist auch nicht weiter weg. Heli? Warte mal, das ist mal Zieloptik. Ach, das hier, okay. Dann mache ich schon mal auch mal drauf. Das ist das Einzige, was du für die Sniper überhaupt haben. Ja, mache ich mir trotzdem auch mal drauf. Wie sucht man denn noch weiter ran? Wie. Wow, ist da ja krass. Warum sind nur vier Leute gerade, waren es fünf? Der eine ist weggelaufen, der Arsch. Und du dann bist da oben? Bin, äh, sofort bei dir. Wollen wir mal kurz was kommen. Oh, für die Waffe haben wir richtig viele Aufsätze. Für? Für das Stummel, was wir bekommen haben. Für die AUG? Ja, da haben wir also viele, viele, ähm, viele Unterläufe. Ja, das Problem ist ja immer, dass da nicht mal alles so geil ist, finde ich, manchmal. Ja, ich probiere die mal aus. Die AUG? Ja. Ich habe die gerade auch mal ausgewählt, aber ich weiß nicht, ob die... Das Problem ist jetzt, finde ich, wahrscheinlich die Waffe nicht mehr wieder, die ich vorher hatte. Das kann gut sein. Der, der nur Einzelschuss! Nur Einzel kannst du nicht umstellen? Ich wollte schon sagen. Eigentlich ist es egal, welche Waffen man in dem Spiel hat. Machen sowieso alle... Die machen sowieso alle One-Shot. Naja, wenn du den Kopf triffst. Okay, wenn der weg geht, ich könnte den schon töten. So, jetzt bin ich bei dir. Ich habe einen getötet. Boah, geil durch den Sound durch. Ja gut, aber wir müssen das Geschütz ausschalten. Na gut, dann tun wir das. Können wir... Ah, so weit geht das nicht, ne? Wir könnten ja eigentlich einen Dingsbums-Angriff machen. Mörser. Aber wir müssen hier eh gehen. Hier ist ein Fertigkeitenpunkt. Achso. Ja, dann. Okay, der Typ an dem Ding ist down. Ach, scheiße. Ich muss mich nachlesen. Das geht ja... Okay, danke. Guck mal in meinem Punkt hier noch. Äh, hast du noch C4? Naja. Mein C4 klebt manchmal nicht. Ja, das ist sehr eigenartig. Wo ist denn der Punkt, dachte? So, meinst du, das war's? Wo, wie, was, wo das war's? Ja, mit, äh... Geschützen? Nee, es gibt bestimmt mehr. Also, ich könnte mir vorstellen, es gibt mehr Geschütze. Scheiße, wie schalte ich ihn nochmal um den Kack? Was denn? Achso. Oh, hat er nur so... Dreier-Salbe, okay. Ja, mal gucken. Okay, warte, dann bevor du jetzt losfliegst... ...flieg ich zuerst. Ziemlich viele Blinklichter und knüpfiger dran. Ah, ist aber nicht so weit weg. Da, 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 da... Da ist ein Hubschrauber. Unidat, hallo! Wir klauen nur euren Heli! Das hat dich auch gar nicht interessiert. Ja, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Also kann man doch taktisch in dem Spiel vorgehen. Bist du mir Geleitschutz? Ja, von oben. Ohne Geschütze. Ja, aber wenn dann irgendwas kommt, dann fliegst du, dann stürzt du dich auf die Nieder, ey. Genau. Ha, gut getan. Fett, ich melde den Rebellen, den Standort des Helis, dann können sie ihn holen.